oh mein gott da vorne sind kühe und damit geht es heute bei cupid ich musste mich wirklich entschuldigen weil jetzt echt lange kein cupid kam das lag hauptsächlich an mir da ich nicht da war und an delta weil der kein pc hat immer noch nicht immer noch nicht und sein laptop zu schlecht ist für kürz das ist so wieder ein bisschen laut hier eine sekunde mal er hat sich auch gesagt das ist wieder gut stellte ich hab keine ahnung und wir haben die bosnisch geschafft und dann kommt da sind fertig helfen mit dem gewissen dessen level und dann können wir von der sache abbrechen ich muss trinken wie du musst trinken ich hab hunger alles meins alles meins alles meins fuck you was hab ich bekommen da war ein stab dabei warte echt jetzt ne ich hab was für dich glaub ich du bist auf warrior ja delta ist jetzt erstmal nicht dabei weil der kein pc hat den boss schaffen wir auch nicht wir sind echt schlecht in dem spiel oder spaß warte mal ich hatte schon bessere läufe als im let's play cool ich hab ein schild ähm ne das war falsch option nein nein ne das war ja kacke ich hab da noch ein ich hab was für dich so ja du hast was für mich ja hab ich äh power 56 ja what the fuck what the fuck power 56 und das war so wenig what the fuck what the fuck ich weiß es nicht ich hab ich hatte es einfach ich hab's mir ja cheat da vorne ist ne eule vielleicht schaffen wir die der mini boss okay muss ich so schlecht für den großen boss aber da ist ein das wir verarschen boah sie fliegt sie bekommt auf jeden fall damage ja aber sie soll rauskommen dass sie rauskommt macht sie da oh mein gott sie kann sich drehen alter ich sie schnell plötzlich drauf jawoll die packen war ich mach aber gut der match ja wir auch wir sind lutscher die kann nichts aber wir sind so toll wir schaffen den großen boss nicht als nur kleine andere tiere töten loll daneben der noob wir sind echt so macht man das wir sind tier quäler ja thomas kennst du alligator äh kaliber 69 ja äh äh neues album raus ne ne 2 sogar echt jetzt ich hab ja bisschen alkohol getrunken ich nix gut ich kaufe mir das neue album wahrscheinlich ok ich hab mir das nie groß gehört ohne spaß amnesie ist einfach alter hört mal auf mich zu drehen ich bekomm kopfschmerzen hier acciuu tchooo tchoo tchoo t estrelle aua tchuh tchoo 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 tcho tchoo tchoo tchio tchoo 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 tchooが i can er mich Getroffen Die kann man an seine Waffe machen. Ich glaube, ich kann das gar nicht an meine Waffe machen. Ich glaube, das muss ich eh Thomas geben, aber jetzt noch nicht. Oder ich verkaufe es auch einfach für total wenig Geld. Warte, ich habe Hunger. Ich warte so lange auf diesem schönen Stuhl. Oh, ich bin in mir drin. Bin ich schön von innen? Also, wie lange kann der ein Pumpkin essen? Noch einen. Es wird Nacht. Nein, ich bin am Essen. Nein, es wird Tag. Es wird Nacht. Ich bin immer optimistisch. Es wird Tag, nicht Nacht. Nein, kannst du sagen, es ist Nacht, aber momentan wird es Tag. Es wird Tag. Wohin laufen wir hier überhaupt? Wir laufen voll voralltisch, wir nach da laufen. Nach da. Da ist was, da ist was. Das ist ein Hund. Kann ich den 10? Warte mal. Was muss ich dem geben? Keine Ahnung. Wie kann ich den 10 geben? Wollst du Waffeln? Waffeln! Ja, einfach jetzt klick auf das Item drauf machen. Es scheint nicht so, als würde er dich für... Komm, ja, go. Er mag keine Candy, hast du noch irgendwas anderes? Äh, äh. Nein, okay. Fick dich, ich hatte noch was. Guck, komm her. Er wollte es nicht. Fick dich, fuck you, bitch. Er wollte es nicht ganz eindeutig. Ja, fick dich. Gänslinge. Woher laufen wir hier überhaupt? Okay, wir laufen jetzt immer geradeaus zu diesem erregenden Schwert da oben. Alter, klau doch nicht immer alles. Klau doch nicht immer alles. Wie weißt du... Äh, meins. Fuck you, fuck you, fuck you. Ich und Thomas lieben uns. Da, Frogman, töten. Der ist nett. Oh, töten. Da, das ist meins. Nein! Slash Kick. Nee, ist das Spann. Ja, mach's alleine. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich und meine e-makinären Freunde. Hallo. Hallo. Äh, hallo. Ja, das hast du gut gemacht, Noah. Warte mal, guck mal da. Okay, ich hab einen Schuss. Wow. Da, Frog? What denn? Was war das? Ich hab Bäume gefällt. Wow, ich bin so ein Klippenspringer. Schaffen wir die da vorne? Ich glaub, ja, die waren doch leicht. Waren die leicht? Ja. Oh Gott. Oh Gott, sie waren nicht leicht. Warte, töten. Oh Leute. Sind das viele. Ja, ich log einen an. Ich hab ihn nicht. Der kommt gleich. Haha. Dinger kann man zähmen, ne? Das ist voll geil. Ah, toll gemacht. Das schluckt der. Das hast du echt toll gemacht, Thomas. Ja. Nein! Und die Fokus ist in mich. Kennst du den Titel? Die hat aufgeladen. Oh Gott. Ja, Thomas der Bobby. Nein, Thomas der Held. Echt? Dieses Thomas der Held? Weiß es nicht. Ich bin gleich tot, ne? Echt? Echt? Ach Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Da ist noch ne Blume. Oh, ich bin voll Tom Brady number one hier. Ach da bist du, hi. Was geht? 6 HP und 2 geölle Schnitzchen hinter mir an. 3. Ich bin nicht full live. Alter, der leidet auf. Alter. Thomas ist mal so ganz toll. Wo bin ich gespawnt? Ach, fuck you. Wo bin ich gespawnt? Alter, ich bin direkt neben dem gespawnt wieder. Du musst zu mir laufen. Fick dich, du musst zu mir laufen. Aber wir müssen nach da laufen. Ah, fick dich doch. Nein, lass es. Oh, du Monster. LOL. LOL. Hör auf mit der Wäsche zu machen. Das sind Fliegen. Nein. Das ist ein Human. Nein. Ich würde mal zu fliegen. Ich bin zu Ihnen gekommen, ich bin gerade für Cube Road. Und Spaß, ich habe 20 Stunden lang geschlafen und bin immer noch müde. Alter, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet. Mach das mal. Schlaf ist doch Arbeit. Hallo, ich war die ganze Nacht davor wach, weil Laura hier war. Und Spaß, die ganze Zeit Black Ops gezockt. Black Ops. Ja, wir wollten jetzt eigentlich mal so private machen. Black Ops. Ja, so Hibag. Ich bin momentan Level 13, weil ich wieder Prestige gemacht habe. Wieso machst du das? Also Prestige ab, oder? Ich mache Prestige-Master. Ach ja, mache ich auch momentan. Ich bin Prestige-Master. Ich brauche zwei Tage für den Prestige, wenn ich richtig zocke. Heute konnte ich ja nicht zocken, weil ich ja ganz total verpäckert habe. Welches bist du jetzt? Erst zweites. Ich habe ja wieder alles zurücksetzen lassen. Ich bin 8 der Spitz. Ja, mir mache ich 0 Damage hiermit. Oh, da ist ein Kaninchen. Ja, super. Ist ja schön für dich, dass da ein Kaninchen ist. Scheiße, ich habe jetzt starb. Ich habe es getötet. 10 XP. Aber ich habe kein Leben mehr. Ich bin zu kacke für so... Alter. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Jetzt habe ich hier schon extra meinen Laptop nebendran. Nein, ich schaue nicht auf die Uhr. Hat der Planerunner dich getötet? Halsmaulen? Nein. Das war ein Boss, 50 Meter hoch und 30 Meter breit. Ach, der Planerunner. Ich komme da auch nicht. Nein, das war ein Boss, 50 Meter hoch und 30 Meter breit. Ach, das war ich. Sorry. Das war dein Pinnas. Ich bin der Horror-Boss. Warte, ich gehe den jetzt töten. Guck, so macht man das. Ja, ich hatte den falschen Stab. Wow. So easy. Warte, ich habe noch gar nicht geskillt. Fällt mir mal auf. Was kill ich? Wie viel Geld habe ich denn? Wenn ich das hochmache, dann fliegst du nur weiter weg. Das mache ich nachher. Ich kann irgendwann mal Boote machen, das finde ich geil. Ja, Boote ist echt voll cool. Kannst du, können wir alle irgendwann mal fliegen? Ja, dasselbe können wir alle. Wir können alle dasselbe bis aufs Unterste. Oberste. Er hat meinen Kamel getötet, das nicht meins war, aber... Oh Gott. Meinst du nicht das Oberste? Kommst du mal? Ja. Ah, nicht auch wieder. Ich werde vergewaltigt. Nein. Warum immer ich? Schon wieder vom Plain Runner. Ich habe es überlebt. So, und wir nehmen heute auch im Voraus auf, wir Helden. Thomas, wie lange bist du eigentlich nicht da, du Depp? Was? Wie lange du nicht da bist? Ich bin lange da. Ich meine, in Ferien. Zwei Wochen. What? Ja, deswegen muss ich selber dann noch aufnehmen. Okay, das heißt, jetzt kommt erstmal eine Session mit Thomas und danach eine mit Delta. Man, Alter, ich bin fast tot. Das ist gut. Was gut denn? Ja, dann kann ich immerhin sagen, ha ha, du bist von einem kleinen Bienchen getötet worden. Übrigens, das sind die Fuck-Fiecher, die du letztes Mal mit angeschleppt hast. Nee, loben. Lassen wir ihn noch. Schauen wir noch ganz kurz zu, wie Thomas stirbt, dann können wir es töten. Boah, ganz... Bin ja schon dort. Elf XP. Ich bekam nix. Die geben Elf XP, das ist voll fett. Puh, fett. Und das ist fett. Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter daheim ist, ob die heute nochmal daheim kommt, ob ich jetzt das ganze Wochenende alleine bin. Wieder zu haben. Meine Eltern sind zu Hause, keine Ahnung, was die jetzt machen. Fernseh gucken. Mann, sag, komm her. Ich verwehre sie. Äh, ich kann sie nicht trinken. Trink. Mit 0 HP geht's einem nicht so gut. Ich hab, ich hab ihn. Das fliegt. Nein, das kann fliegen. Das ist schon zum Menschen. Das hat zwei Fliege. Ja, ich bin kein Mensch. Ich bin ein Krokodil. Nee, auch kein Krokodil. Ich bin ein Drache. Hey, ich kann auch fliegen. Das ist ein Bunny. Folge mir, Thomas. Eventuell. Oh, Leute, hab ich zu... Du hast es zuerst angekauft und ich wollte es nicht nur verteidigen. Gab es jetzt 11 oder 1 XP? Eins. Schade. Folge mir, Thomas. Okay, das ist ein Bursch. Böses ist ein Bursch. Und Jump. Aua. Aua. Alles safe. Aua. Läuft. Nee, da ist nochmal so ein Vieh. Oh Gott, nee. Nee, diesmal nicht. Da hast du den Maschinen vergessen. Den wollte ich nicht. Ich wollte dir überlassen. Jo, ich bin oben. Du nicht. Allt okay. Ja. Zum Glück nehme ich auf. Warte, laufen wir überhaupt noch... Oh Gott. Wir sind hier bei einem dunkelroten Berg. Das ist aber nicht gut. Was ist wegen dem Licht? Hier gibt es einen Boss, der ist dunkelrot. Ja, das liegt am Licht. Da rein jetzt liegen. Da. Das ist ein Scottish Terrier. Den müsstest du zähmen können. Müsste ich? Mit was? Candies? Der ist ja dein Hund geworden. Ich kannte den nicht zähmen. Ja, ich kannte ihn auch nicht zähmen. Du hast es nicht mehr probiert. Ich weiß. Was ist das jetzt für ein Bug? Was denn? Wie kann man seine Laterne ziehen? Mit F. Laterne, Laterne, lol. Ich würde mal gerne von euch wissen, ob man mittlerweile Häuser bauen kann, weil Wall-E hat das ja früher reingemacht, aber ich weiß nicht, ob er es wieder rausgemacht hat. Das wäre super nett. Irgendwas kämpfst du da? Ach. Ein Skullbull. Plus 8. Oh nein, es hat sich transformiert. Ich glaube da vorne.